Hallo und herzlich willkommen zu einem Do-It-Yourself oder Mach's-Dir-Selbst auf Let's-Promo seinem Kanal. Ja, mein Kanal ist Crossbow Kill, beziehungsweise mein Name ist Crossbow Kill, beziehungsweise Max. Ja, auf meinem Kanal gibt's derzeit Far Cry 3, War Set und Forza Horizon. Das steht hier jetzt noch nicht, ist aber hier unten schon aktualisiert. Da kommen wir auch schon zur ersten Besonderheit, nenne ich es jetzt mal. Also sage ich jetzt mal, hat nicht jeder Kanal, dass man hier unten eben meine aktuellen Projekte und meine geplanten Projekte sieht. Das sind eben die schon erwähnten drei hier und hier sind zwar noch ein paar mehr, aber ich konnte mein Kanaldesign nicht so weit erweitern. Das ist das Problem, deswegen habe ich jetzt einfach mal nur die drei hier reingepackt. Dann meine Playlisten sieht man hier an der Seite, das sind alle Let's Play Playlisten, also sowas wie Sachen für zwischendurch oder so, die findet man hier jetzt nicht. Aber halt eben alle Let's Plays, die ich bisher gemacht habe, sind auch ein paar. WoW hat nur 78 Videos, nenne ich es jetzt mal nur, muss man dazu sagen. Da das abgebrochen wurde aus servertechnischem Problem, als damals die Erweiterung rauskam, wurden die Charaktere von uns gelöscht und der Support meinte, ja kann mal passieren. Sehr gut von denen. Ja dann, mein Kanaldesign finde ich eigentlich so recht in Ordnung, ist halt ein recht schlichtes Kanaldesign. Man erkennt nicht unbedingt, dass es sich hierbei um einen Let's Play Kanal handelt, was meiner Meinung nach auch nicht mehr so schlimm ist. Und ja, derzeit habe ich 151 Abonnenten, 44.920 Aufrufe und auf meinem Kanal gibt es glaube ich mittlerweile über 560 Videos. Ist ja nicht allzu wenig. Dann hätte ich gesagt, gucken wir uns mal kurz die Playlisten und die Kanalbeschreibung und sowas näher an. Ja, der Pro mit dem Bauders kam damals bei Black Ops 1 noch zustande, weil ich glaube mit dem Crossbow, da gab es ja auch schon einen Crossbow, da hatte ich glaube ich mit dem Crossbow mit am meisten Kills in Black Ops. Das war schon eins so der Wunder damals, obwohl ich jetzt nicht gerade der schlechteste Spieler war in Black Ops, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, dann sieht man hier eben noch an der rechten Seite hier eine kleine Zusammenfassung, was derzeit halt so am Projekten auf meinem Kanal läuft. Das ist gerade noch gar nicht aktuell, sehe ich gerade. Dann eine kurze Beschreibung, was auf meinem Kanal alles so für Spiele geben wird. Also bei mir gibt es eigentlich so ziemlich an alles. Es wird kaum an Spielen mangeln, denke ich mal, da ich eigentlich so gut wie alle spiele. Ich bin auch immer auf Vorschläge von der Community, gehe ich gern darauf ein. Solange es keine Simulatoren sind, sind Dummy Simulatoren eigentlich das einzigste Genre, was mich nicht wirklich anspricht. Dann steht hier halt meine PC-Komponenten noch. Das sind halt vom Mainboard bis zur TV-Karte, womit ich meine Konsole aufnehme, was ja bei Forza Horizon doch relativ wichtig ist. Und dann sind hier eben noch ein paar Links, die auch nicht aktuell sind, sehe ich gerade. Nämlich hier, das sind alle Projekte, das sind die ganzen Playlists. Dann meine Tastatur, weil man sowas halt öfter gefragt wird. Und, 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 ja. Auf meinem Kanal wird täglich mindestens ein Video hochgeladen. Je nachdem, wie viele Projekte halt derzeit laufen, auch mal drei oder vier Videos. Ich glaube, morgen kommen zum Beispiel vier Videos, da Far Cry kommt, War Z kommt, Forza Horizon und Far Cry 3 im Koop dann auch noch. Also vier Videos an einem Tag. Meistens kommen aber zwei bis drei Videos. Heute kommt zum Beispiel nur ein Video. Ist natürlich auch mal eine Sache, wo man nicht immer seinen Uploadplan einhalten muss, wegen Sachen wie Weihnachtsgeschenke kaufen, derzeit zum Beispiel und, und, und. Man sieht hier zum Beispiel vor 18 Minuten hochgeladen, vor 22 Stunden, vor zwei Tagen, vor zwei Tagen, vor drei, vor drei, vor vier, vor vier und so weiter. Dann gucken wir uns doch mal kurz die Playlisten an. Die sind eigentlich bei mir immer recht gut gefüllt. Und, äh, da ich das meistens schon beim Upload einstelle, dass er das in die Playlist packen soll, da sieht man hierzu ein, äh, Far Cry mit 10 und bla bla bla, also ist alles gefüllt. Bei mir auf dem Kanal gibt's, wie auch schon gesagt, so recht alles. Es gibt Ego-Shooter, es gibt Survival- beziehungsweise Ego-Shooter-Games mit War Z, es gibt Sportspiele, es gibt Rennspiele, es gibt, äh, so Art, wie schlecht ich bin. Das war Road to Trickshotter zum Beispiel, dann gibt's ein Let's Test the Rest, das sind meistens Demos oder Spiele, die sich nicht lohnen für ein Let's Play, aber die ich eigentlich gern mal zeigen würde. Da sind derzeit nur Rennspiele, weil derzeit eigentlich recht wenig Demos rauskommen, die mich ansprechen. Das muss man halt so dazu sagen. Ja, was kann man sonst noch zu meinem Kanal sagen? Ich würde mich natürlich über, ähm, jeden Abonnenten freuen, der dazukommen würde, oder über konstruktive Kritik oder positive Bewertungen, negative Bewertungen. Nein, solange es eine Begründung gibt, natürlich ist, äh, äh, Kritik ist immer gern gesehen, wie man sich verbessern kann. Ja, sonst bleibt man natürlich immer auf der Stelle stehen und kann sich nicht verbessern. Ja, dann würde ich aber auch schon sagen, war's das mit dem Do-It-Yourself oder mach's dir selbst auf Let's Promo sein Kanal. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auf meinem Kanal vorbeigucken würdet. Bis dahin, Tschüss!